Möchtest du mehr über deine Versicherung erfahren, kannst du das zum Beispiel tun, indem du dir den Nachhaltigkeitsbericht anschaust. Denn darin beschreibt das Unternehmen ganz genau, wie es sich im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung engagiert. Ich habe mal einen Blick in den Nachhaltigkeitsbericht der VIG geworfen und präsentiere dir hier in dieser Videoreihe meine Highlights. Angefangen mit dem Bereich Governance. Der Code of Business Ethics basiert auf dem Unternehmensleitbild und den Werten der Versicherungsgruppe, nämlich Vielfalt, Verantwortung und Nähe zu den Kundinnen. Er dient als einheitlicher Verhaltenskodex innerhalb der Gruppe, indem er für alle verbindliche und einheitliche Mindeststandards festlegt. Dieser Codex enthält 15 Prinzipien von Compliance über den Schutz der Menschenrechte, über Diversität, Umweltschutz, Datenschutz, verlässlicher Kommunikation, fairen Wettbewerb, aber auch der Vermeidung von Korruption. Ein Punkt daraus ist die Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verletzung internationaler Sanktionen.